Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, sonst seht ihr immer die aktuellsten Videos. Habe ich das gerade erledigt? Okay, dann bin ich hier durch. Super! Dann habe ich das erledigt, dann taucht dieses Symbol auch nicht mehr auf. Gut, dann wollen wir mal weiter. Ja, ich musste die ganzen kleinen Anmerkungen jetzt mal loswerden hier, weil ich ja sonst überhaupt nicht mehr weiterkomme in dem Spiel. Ja, ich drehe mich ja wirklich quasi nur im Kreise. Ob ich wolle oder nicht. Gut. Der ist nackig. Haben wir das geschafft hier? Hier unten ist auch nichts mehr. Nur noch hier. Mehrere Ziele. Das sollte der auch nicht mal angezeigt. Jetzt wird der auch nicht mal angezeigt. Das ist super. Das ist super. Jetzt wird nur noch der hier angezeigt. Dann sind wir hier jetzt wirklich durch. In der Lobby. Da ist ja mal Zeit. Ich gehe jetzt nochmal in die Lebenserhaltung und gucke da nochmal nach. Nein, wirklich hier. Das ist eigentlich nur noch die oberste Etage hier. Gut. Okay, hier ist nichts mehr. Cool. Dann sind wir jetzt wirklich systematisch die Etage erstmal durch. Jetzt müssen wir jetzt bei der nächsten bei Laboratorium. Ähm, oder Aboretum. Ähm, jetzt rausfinden, wo wir da hängen. Wir müssen zur Datenzentrale, aber dazu fehlt uns was. Dazu fehlt uns was. Hier ist nichts mehr, außer die Epileptikerzentrale. Ja, muss etwas warten. Zwei Arschlöcher aus dem Vertriebsteam mussten gerade in dem Moment unter der Alarmglocke Zigarre rauf. Die Konten sind ungeduldig. Okay. Gut. Aufbrechen Hebekraft. Neuromods. Wie viel habe ich denn jetzt? Eingabe. Ich muss echt gucken, wie viel ich jetzt hier habe. Dann, ähm, verwandeln. Energie, Telepathie, Techniker. Wo sehe ich jetzt, wie viel ich hier verwenden kann? Ich weiß, ich weiß das gar nicht. So. Ich mache einmal, soweit ich hier kann. Ich weiß jetzt gar nicht, was das alles ist. Aber egal. Ich weiß, ehrlich gesagt, wirklich nicht, was das alles ist. Dann hier. Ja, es wird jetzt ein bisschen dauern, ne? Wenn ich einfach mal alles aktiviere. Ich weiß, was das alles ist. Ist das nicht klar? Weitere Forschung benötigt, ok. Da sind wir noch nicht so weit. Du bist nicht das, was sie dir sagt. Krass, was war denn was jetzt? Wie fühlt es sich an, das ist es mal was du gesagt, es wäre als würde man aussichern. Cool. Ok, das ist das Video. Was schiebe ich denn jetzt hier vor dem Film? Ich habe das Gefühl, ich bin hier gerade irgendwie auf irgendeiner Substanz. Ich wollte gerade Knusperflocken essen, aber die sind ja neuropien auf meinem Schreibtisch. Hier ist ja mein Wasserkasten Schranktür Schreibtisch. Ähm. Ne, hier ist nicht weiter. Ok, muss ich eigentlich lang? Ne, muss ich nicht. Ich bin hier eigentlich total unnötig. Ok. Wie kann das sein? Kann ich jetzt mehr... Krass, ich kann jetzt mehr mehr aufnehmen. Ich kann jetzt viel mehr aufnehmen. Vom Gewicht her. Ja. So. Ich nehme das immer mit, weil ich ja jetzt alles aufnehmen kann. Super. Ähm. Ok. Will ich aber trotzdem nicht haben. Ich nehme trotzdem die hier. Genau. Ach. Was mache ich denn? Da muss ich lang. Genau. Ja.